Aha, das waren wir. Die Jäger gewinnen aber oft, ne? Ja, verhältnismäßig komischerweise ja. Das habe ich aber anders in Erinnerung. Ich aber auch. Vielleicht sind wir beide auch einfach eine schlechte Hexen. Nein, nein, nein. Aber du siehst ja, du kannst ja abschießen, wie viel du willst. Eine Katze gewinnt immer mehr. Ach, schade. Ja, die Katze hat ja auch sieben Leben. Da dauert ja auch, bis sie die K.O. hat. Ja, die hat sieben Leben genommen, das glaube ich ja. Mindestens. Wo sind wir denn hier? Hallo. Ach, die Katze schon mal. Als Opfer hier schon mal waren. Tja. Ich weiß... Weißt du, worauf ich noch Lust hätte? Ähm, auf dem Eis? Ja, auch. Ja, guck. Besonders Ben & Jerrys, da bin ich ja ein großer Fan von. Wieso bin ich denn jetzt eine Leiter verkeimter Angst? Mann, ey. Na toll. Und plötzlich eine Leiter, das weiß ich auch nicht. Fuck. Ach, Mann. Ich blick doch hier nicht durch. So, Leute. Ich glaube, heute bin ich hier mal ein bisschen mehr auf zack unterwegs. Habe ich jetzt zumindest vor, das zu machen. Ne. Oh. Na, ich bin... Ich war ein bisschen aus der Spur. Ich weiß auch nicht warum. Wo muss ich denn hier raus? Hallo? Wo willst du denn raus? Ich bin doch jetzt Jesu. Ach, boah. Gut, dass du das sagst. Ich war kurz davor, dir schon zu erklären, dass ich eine Birne bin. Also ein Appel. Ein Appel und ein Ei? Komm, du bist ein Appel. Gib mir zu. Ich meine, ich jag dich jetzt nicht. Das wäre dann unfair, aber... Hör doch mal auf auf mich zu schießen, verdammt nochmal. Ach, ist das ekelhaft. Diese Leute, die hier um mich rum... Ich will die nicht. Ich will... Oh, 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 Mann! Dieser Janemba, der geht mir ja auf die Nüsse, ne? Mhm. Der ist ja an die Nüsse gegangen. So. Jetzt gehe ich auf die Suche hier. Er ist an den Nüsse und jetzt gehe ich auf die Suche. Hallo. It's me. Ne, da an der Ecke ist anscheinend keiner. Du musst aber immer auf die Dächer kommen. Das ist das einzig Richtige. Wenn du nicht auf den Dächern bist, dann kriegst du die auch nicht. Ja, ich wollte nämlich über meine... Weißt du? Über eine Leiter als Käse aufs Dach. Ja. Da bin ich aber zur Leiter geworden. Ich denke, jetzt wirst du zum Käse. Da war die Leiter aber weg. Ja, und dann waren die auch schon wieder freigelassen, die Pfeifen. Ja, dann bist du natürlich... Bis ich dann... Ja, dann brauchst du... Ja, das stimmt. Das ist aber auch wirklich... Wenn du nicht weißt, wo du hin musst, dann... Dann ist das Scheiße. Das ist... Das finde ich dann sehr schwierig. Meine Taktik ist ja immer, sich irgendwo ganz weit oben hinzustellen. Ein bisschen alles im Blick zu haben. In der Hoffnung, dass einer so blöd ist und sich bewegt. Von weit oben kannst du ja auch gut und gerne rumschießen. Das geht ja. Das ist ja möglich. Ähm... Hab ich da hinten jemanden? Na, ich hab aber auch heute noch nicht wirklich jemanden gesehen, ne? Heute? Äh, hier in dem Spiel jetzt. Achso, ne. Die sind anscheinend alles, äh... Mein Huhn bleibt im Eingang stecken. Das ist alles scheiße hier. Ich stell mir das auch einfach eigentlich gerade vor. So, mal gucken, was man hier drüben so findet. So... Ach, da hinten. Ich hab noch nix... Nix... Nix an Hexe gesehen. Krass, ne? Ja, du sagst es. Gut, jetzt kann man natürlich sagen... Gut, das liegt am Fussel. Der ist halt blöd wie ein Meterfeld wie ein Kassel. Ja? Nein. Aber auch mein Huhn hat... Da hinten mal irgendwo angeschlagen, da waren aber gefühlt 100 Jäger. Da hast du überhaupt nicht gesehen, weil da flogen dir die Kartoffeln um die Ohren. Da kannst du ja nix machen. Also, da kannst du mir erzählen, was du willst, aber... Da blick ich nicht durch. Das ist mir so angedrängt. Das krieg ich nicht hin. Verstehe ich, aber da bin ich ganz bei dir. Da bin ich ganz bei dir. Ne, ich verstehe auch nicht, was jetzt hier... Bei nun ist es schlecht, aber auch egal, wo ich es hinwerfe. Von nirgendwo an. Ne, ne? Und dann, wenn man dann hört, dass hier irgendwo jemand sein soll... Ne, also dieses... Dann ist es schon wieder zu spät für alles. Ja, aber es kommen aber auch sofort irgendwelche Leute angeflitzt. Und die sind alle viel schneller und hektischer. Das ist ja nix für mich, ne? Irgendwo war ja einer, aber... Auch schon wieder drei, vier von den Leuten um einen rum. Ne. Keine Ahnung. Ne, das war jetzt mal eine ganz schlechte Runde. Ja, aber die muss man ja auch haben, ne? Man muss ja potenziell zum Steigern haben. Ja. Davon haben wir ganz viel. Eben. Aber ich bin immerhin schon Level 7. So, wofür stimmen wir ab? Ich fand den Raum hier eigentlich ganz gut. Da habe ich gewonnen, den mache ich gerne nochmal. Ja, jetzt ist die Frage, wo wir hingehen. Ins Eis. Into the Eis. Landschaft. Gab es ja auch einen Tunnel oder sowas? Ne, ne? Doch. Ne. Doch. Sag ich doch. Sag ich doch. Das war die Nummer, wo ich mich da mit dem Boot hier, ne? Irgendwo an einem Boot. Habe ich doch, oder nicht? Oder ist das wieder... Ne, das ist eine andere Karte. Die ist ja auch krass. Die kenne ich aber auch noch überhaupt nicht. Ja, das ist doch immer eine gute Voraussetzung, oder? Doch, du warst ja schon mal. Die Boote. Ne, 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 ne. Red mir nichts ein. Als dicker roter Fisch, oder was? Oder als Skelett? Die Boote erinnern mich. Da hast du nur 30 HP. Auch nur 30 HP. Die Boote erinnern mich. So. Und... Los! Ah, ne. So, erstmal einen Huhn hier mitten reinwerfen. Gucken, was passiert. Passiert natürlich nix. Da hinten. So, hier unten, da. Die Rache ist nah. So, du Lappen. Aber mit dem Luago, das verstehe ich überhaupt nicht. Außer, dass er auf mich aufmerksam macht, passiert mit dem Viech ja nix. Doch. Du siehst ja nix, wenn der vor dir ist. Ja, aber der trifft ja nie. Der läuft immer an den Leuten vorbei. Der geht ja auch nicht gezielt auf die, sondern du musst das schon in die Wege leiten. Ja, aber die rennen doch immer weg. Du weißt doch, wie die sind. Totaler Quatsch. Nein, ich komme mit dem Viech nicht klar. Boah. Der ist gerade ein bisschen am Lacken. So, und jetzt muss ich hier gucken, dass ich mal wieder rauskomme. So. Mal eben den Überblick gewinnen, wo was sein könnte. Also mein Luago ist total blöd. Echt? Der Luago also selbst. Oh. Oh. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich mit dem Viech eher auf mich aufmerksam gemacht habe. Als alles andere. Dann nehmen wir lieber den Pilz oder so. Ja. Ich hatte mich so schön als Harpune in so ein Boot geklemmt. Weißt du? So dahinter. Das war super. Hä? Wie, hä? Wie, hä? Ja, nee, hier hat gerade jemanden, äh, nicht veräppelt. Ja, wieso nur? Ja, wieso, das wissen wir alle. Weil das kann. Ach, hier ist wieder einer, den man nicht abschießen kann. Ich dreh durch. Ach, nee, das, ach, das sind anscheinend Finden. Ja, was haben die denn für einen Finden? Weil die sich immer wieder auflösen. Das sind anscheinend Finden. Komm schon, jetzt mach doch mal was da, du Lappen. Boah, dass man aber auch stecken bleiben muss, ne? Verdammte Scheiße. So, also mach die mal hier alle fertig, da. So, Mann, Mann, Mann. Na toll, das war mein Kill. Nee, er war meiner, hast du ja gesehen. Nee. Du bist so ein Killstealer, verdammter. Ja, so nennt man mich auch. Hier ist doch nischt. Also hier sind die, äh, Hexen dann doch ein bisschen agiler als sonst. Ach, ich weiß aber doch auch nicht, wo ich die finden soll. Ich find hier immer nix. Mein Huhn hat auch irgendwie... Ja. Na toll. Weißt du, dann schießt irgendjemand auf ein Gemüse hier und ich denk natürlich, das ist einer. Ja, und? Da ist aber keiner. Deine eigenen Leute verarschen dich, ehrlich. Ja, aber da macht die ja nicht extra. Doch, pure Absicht. Ach du, jetzt drehst du durch. Nein, 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 nein. Genau so ist das. Kann es sein, dass es hier noch irgendwo nen Keller gibt? Ja, hier gibt's am Weg nach unten. Na toll, woher soll ich das denn wissen? Hast du mir noch nicht gezeigt? Du bist so'n Arsch, ne? Ja. Ja, aber guck mal hier, Fusseleto. Mhm. Durchschnitt-Probgröße. War das größte Teil, oder was? Du hast das größte Teil, ja. Das, äh... Ja. Stimmt, oder? Stimmt. Ja, ich weiß ja nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber... Nö. Aber erzähl doch mal. Nö. 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 Was gibt's denn jetzt hier? Die Map. Habe ich die denn schon mal gesehen? Ja, doch, doch, doch. Ich erinnere mich. Das war die... Ne, ich erinnere mich doch nicht. Doch, das war die Map, wo ich der, ähm... die Flasche war. Genau, du warst nicht... Den Fehler gemacht habe, mal rum zu fliegen. Oder hatte ich da gewonnen, als ich ja umgeflogen bin. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, jetzt bin ich auch schon wieder Jäger. Schade. Aber das tut mir natürlich leid für dich. Ja, schade. Ich hatte nämlich gerade den festen und kühnen Plan, dass ich da in den, äh... Ne? Ja. Weißt du, ne? Habe ich schon mal erwähnt, oder? Komm, Jungs, raus jetzt. Komm. Ey. Es ist doch nicht möglich, oder? Glaub mir, was hier alles möglich ist. Wenn du wieder wüsstest, wie... Sag ich mal... Gemein ich hier versteckt bin, ne? Das ist so genial. Das ist echt genial. Boah, 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 boah. Du musst aber hier auch mit allen Sinnen genießen, oder? Ich? Ich muss gucken, dass ich hier nirgendwo runterfalle, weil ich hier einfach total scheiße rumhänge. Ich muss die ganze Zeit in eine, eine Richtung drücken, damit ich überhaupt da bleibe, wo ich gerade bin. Ansonsten falle ich einfach. Boah, diese Hühner, ne? Die sind aber auch echt kack. Oh mein Gott. So, das sieht doch mal schon fast gut aus. Boah, jetzt liege ich. Haha. Unstoppable. Mann, Mann, Mann. So viel sei gesagt. Ich bin am Rand der Karte, natürlich. Nirgendwo in der Mitte. Nein, nicht vom Baum. Mann, spring doch nicht so weit. Wo ist der denn? Nein. Nicht du. Du interessierst mich nicht. Da. Aber ich such dich jetzt gerade. Du hast doch diese lustige Käppi auf. Ne, das ist einer mit Hasenohren. Da ist ein komischer Jamaikaner. Ein weißer. Da. Da, ich hab dich gesehen. Äh, hier sind mir schon wieder zu viele Leute. Weißt du, ich bin hier gerade am eruieren, wo die sein könnten. Und was ist? Hier wird geschossen. Ich hör aber auch nix. Scheiße. Der Demon Lord. Der Sack, ey. Der ist direkt an mir vorbei mit dir. Echt? Ja. Der Sack. Der ist plötzlich... Hier war der vor mir. Ist vor mich gesprungen und dann war es vorbei für mich. Du musst halt nur wissen, wie die Leute hier ticken. Was die für einen Blödsinn machen, damit sie nicht entdeckt werden. Haut doch mal ab hier. Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie find ich zur Zeit echt wenig. Ich hab nicht so das richtige... Richtigen Gespür dafür zur Zeit. Ah, die Jäger haben gewonnen. So geht das, mein Freund. Ja, aber wo kommt denn jetzt zum Beispiel die Tante hierher? Welche Tante? Die hier als letztes gestorben ist. Ich war ja direkt neben dir. Kann doch nicht sein, oder? Du musst hingeflogen sein, doch. Kann das sein, dass mein Huhn kaputt ist?